So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wir wollen euch den nächsten Community Day ganz kurz vorstellen und es ist schon wieder so chaotisch. Normalerweise wäre heute Mittwoch, Raider Mittwoch dran gewesen. Ich habe dann gedacht, ich habe auch vom Dienstag noch den Community Raid gehabt, aber den Wechsel auf Boreos. Jetzt kann ich also Raider Mittwoch erst am Donnerstag machen. Machst du also den Boss am Mittwoch oder machst Raider Mittwoch doch am Mittwoch und machst den Boss am Donnerstag. Jetzt habe ich so wenig Einsendungen bekommen, dass ich dachte, ich mache gar keinen Raider Mittwoch diese Woche, weil sich das nicht lohnt. Gefühlt hat jeder einfach seine App gelöscht nach dem Go-Fest. Jetzt spielt wieder ein Jahr gar keiner. Und gestern hauen es dann raus der nächste Community Day und ich dachte, oh mein Gott, jetzt musst du das am Mittwoch machen, damit es noch aktuell ist. Jetzt musst du ein Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag machen, aber durch heute weiß ich, muss ich gar nicht machen, kann ich den Raid-Boss-Wechsel vom Dienstag, also trotzdem am Donnerstag machen. Du musst also jeden Tag umplanen, die ganze Zeit hin und her und es ist auf jeden Fall immer ein Abenteuer. Wie wenn man heimkommt und einen Parkplatz sucht, man hat einen Festen, man stellt sich nicht drauf, man sucht einen Freien, weil da ist mehr Spannung bei. Das ist no Hirn, meine Leute, aber man findet jeden Tag einen und hat immer eine andere Strecke, wie man dann zur Tür kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Community Day im August 2024, Rob Ball. Es ist ja bald August, es ist jetzt der 24.7. hier, wo ich es aufnehme. Und das ist auch der letzte Starter von den Startern aus der Region, wo der herkommt. Ich weiß gerade nicht, ist das Alola, der noch nicht als Shiny verfügbar ist oder war. Ich glaube, zum Jubiläumsevent war das ja sowieso so, dass es alle Starter gab aus allen Regionen. Immer mal zwei Tage die, zwei Tage die, zwei Tage die. Da war er schon der Stinger, weil alle waren als Shiny verfügbar, nur er nicht. Von allen Startern, die es gibt, nur er nicht, die beim Event dabei waren. Und jetzt nachträglich wird schnell der C-Day mal hinterher gedroppt, damit er dann auch Shiny sein kann. Das bringt ihm jetzt nichts mehr. Aber gut, es war nicht nötig, man konnte ja trotzdem Bonk-Bonk sammeln. Und Shinies holt man sich eben jetzt zum Community Day. Vielleicht hat man da eben auch ein gutes Exemplar bekommen, was man dann eben durchentwickeln kann. Neuigkeiten. Das Seehund-Pokémon-Rob Ball steht im Mittelpunkt am Samstag, den 31. August 2024 von 14 bis 17 Uhr. Okay, das ist ja Ende August. Also es ist noch über ein ganzer Monat, das heißt die meisten werden dann schon wieder vergessen haben, dass es überhaupt ein C-Day existiert und was ein Rob Ball ist. Aber Rob Ball kommt zurück, sitzt wieder überall rum, schillernd, erhöhte Shiny-Rade, exklusive Attacke. Die neue Aqua-Hobitze, wie gefühlt bei jedem Wasser-Starter, ist immer Aqua-Hobitze mit dran als Lade-Attacke. Er kriegt aber auch eine neue... Eine neue, äh... Jetzt dachte ich sofort-Attacke, aber das ist ja auch eine Lade-Attacke. Schaum-Serenade. Schaum-Serenade ist auch ab dem Beginn des Events verfügbar als Lade-Attacke. Also für mich hätte das jetzt nur Sinn ergeben, wenn er eine andere sofort-Attacke noch kriegt. Kriegt er also mit 80 Schaden in Trainerkämpfen, hat genauso viel wie Aqua-Hobitze. 85 Schaden in Arena-Kämpfen, genauso... Ne, 90 Schaden in Arena-Kämpfe bei Aqua-Hobitze. Würde mich jetzt wundern, wenn die Attacke besser wäre als Aqua-Hobitze, weil Aqua-Hobitze ja nur in dem Event kurz verfügbar ist. Schaum-Serenade ist immer da, aber das heißt vielleicht, wenn man den Siede nicht spielt und Aqua-Hobitze nicht hat, ist das nicht so schlimm, weil man mit Schaum-Serenade trotzdem eine vergleichbare Attacke hat. Zu den Attacken kann ich leider nicht viel sagen, und für mich sieht das von den Werten einfach hier... Ich weiß ja nicht, wie schnell da was ist, wie was da Energie auflädt. Für mich sieht es so aus, wie das ist fast dasselbe, anderer Name, aber der Schaden ist fast gleich. Und deswegen ist das wurscht, also wenn es beides auch zweigeteilt ist oder so. Es wird natürlich wieder eine Spezialforschung geben für einen US-Dollar, wo ich immer sage, holt euch die. Da ist so viel Zeug drin, das lohnt sich. Für einen Dollar kann man verschenken, kann man betteln, dass man es geschenkt bekommt. Machen ja viele, wie ich immer sehe. Ob ich es kriege oder nicht, ist mir wurscht. Meistens kriege ich es, danke dafür. Und wenn ich das kriege, dann versuche ich es natürlich im Stream auch schön abzuarbeiten und zu zeigen. Gerade für die Leute, die da sich kein Ticket geholt haben. Weil es wieder ein vollwertiger C-Day ist, gibt es natürlich wieder massige Boni. Doppelte Fangbonbons. Dreifache Fang-EP. Können das schön leveln. Doppelt so hohe Chance auf XL. Ab Level 31. Während des Events aktivierte Log-Module. Alles klar. Drei Stunden Log-Module. Drei Stunden Rauch. Schnappschüsse nicht vergessen. Vergesse ich immer. Mache ich irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ein zusätzlicher Spezialtausch. Also drei Stück an dem Tag. Weil in der kompletten Season haben wir ja zwei pro Tag. Und da kriegt ihr noch einen zusätzlichen. Habt dann also drei. 50% weniger Tauschkosten. Ist auch schön, wenn man 100 Stück nach dem C-Day noch kurz hin und her tauschen möchte. Für Bonbons, für IV, für irgendwas. Noch ein Lucky rausziehen möchte. Das dann. Bonus-Raid-Kämpfe gibt es wieder. Ihr wisst, könnt ihr euren C-Day also verlängern. Manche machen das ja, dass sie dann noch eine Challenge haben und gucken, ob sie den gelegt kriegen. Weil das sind ja Vierer-Raid. Sie sind meistens auch ein bisschen schwieriger. Sind aber auch nur vor Ort möglich. Man kann nicht einladen. Also für mich war da noch nie Reiz da. Ich habe bisher noch nie einen Vierer-Raid-Bonus-C-Day-Kampf bestritten. Werde ich auch wahrscheinlich weiterhin nicht tun. Es gibt wieder Feldforschungen. Da gibt es auch wieder bestimmte Begegnungen mit Robball-Belohnungen wie Staub, Superbälle, mehr Pokestop-Showcases. Die habt ihr ja sowieso wieder, weil es ein, was, was, war Sonntag? Jetzt muss ich nochmal hoch gucken. Ja, es war Sonntag diesmal. Also habt ihr dann auch wieder natürlich Samstag und Sonntag eigentlich Showcase. Beginnt dann am Samstag schon ein Robball-Showcase. Puget-Go-Web-Store. Gucke ich mir nicht an Eventboxen. Seht ihr selber da drin. Aber ich bin ja nicht dafür, dass ihr euch was kauft. Sammelt halt vorher euer Zeug immer so. Sticker. Habt da dann auch Event-Sticker dabei, wenn ihr Pokestops dreht. Geschenke öffnet. Und auch im Shop sind natürlich Sticker erhältlich. Das ist ja das Wichtigste. Sucht nach einer Gruppe. Oder auch nicht. Meine Gruppe ist Pupsi. Und Jonas, wir machen da immer Spaziergang, machen unsere Challenge. Das dürfte reichen. Also schön, dass die Starter-Reihe jetzt da voll ist. Und mal gucken, was dann danach kommt. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu spielen. Ich hoffe, ich bin nicht wieder tot oder kotze nicht wieder im Stream. Wie beim letzten C-Day mit Zabladin, wo ich das Handy kurz abgeben musste, musste mich übergeben. Also das war richtig heftig. Der, da wird wieder durchgezogen. Zumindest die eine Stunde. Hoffe ich. Da wird wieder normal. Und zu allen Leistungen zurückkommen. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Schreibt mir rein. Wie findet ihr den C-Day? Habt ihr Bock drauf? Und mögt ihr das Pokémon? Ja. Ich brauch's nicht. Ist mir zu elegant. Ich brauch was Fettes. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.